Okay, wir haben uns entschlossen, nachdem wir jetzt wieder fett ausgerüstet sind, haben wir uns entschlossen, jetzt das Monster zu töten. Aber ich glaube, gegen das Monster haben wir schon mal gekämpft. Das ist da auf dem Friedhof, ne? Hm, okay. Und wenn das wieder so stahlstark ist, dann haben wir wieder ein fettes Problem. Aje. Ja, ja, beruhig dich doch mal wieder. Genieß deine Säure, Tumpe. Okay, ist doch gleich vorbei. So sieht's aus. So. Ach, da kommt noch einer. Von wie hat er es nicht? Pumpgang, die ist neu. Säure, der Pumpgang hier. Ja, die ist aber auch nicht so schützhaft. Das ist okay. Warum halten die denn eigentlich noch immer hier so viel aus? Echt krass. Wo ist meine Feuer-Sniper? Die jetzt genauso schießt? Wie? So ein Badass wird da schnell. Und wie ist die Ey, was ist was? Komm her! Komm her jetzt! Ja, abhaut. Ich bringe Pussy! Mann Mann die schon so schwer waren da ist er ja genau verpiss dich alter Details waren nur alle 10 Minuten und wir waren zuerst da 420 Esports lolol alle bereit machen es spawnt wir haben ne Raid also ne Raid wir haben ne Raid los Gott war der billig wir haben den Kill Was? jetzt müssen wir 5 Minuten warten bis das Ding respawnt unsere dunkelste Stunde ist gekommen Guck mal der heißt Is 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 20 Speedworts Guck mal der wenn ihr die anderen Spieler zum Ragequid bringt könnt ihr das Monster einfach selbst töten wenn ihr einen von ihnen im Nahkampf erledigt einen anderen mit dem Präzisionsgewehr in den Kopf ballert und die Leiche des Dritten schändet bringt ihr sie garantiert zum Ragequid Was? Was? Nein Ich mach den Headshot Typ Ich mach den Headshot Typ Aber wie die heißen 720 No Scope Headshots Darth Bolt Hunter und Esports Master 420E Alter Also komm Der schießt den ewigen Kopf Hey Was machst'n du da? Hör auf Hör auf Ich hab nix gemacht Warte Du musst lesen warte Ich hab den Warte ich hab den gleich Du musst Esports Es Esports Master Der ist tot Der Billig Kill Ich komm wieder Und den anderen müssen wir wie erledigen? Im Nahkampf Wie heißt der? Der Anderen muss Nein der Esports musst du im Nahkampf machen Musst der ist bei dir an Dann frag ihn ein bisschen an So jetzt Gib ihm Ja perfekt Wie teabacken wir den? Wie teabacken wir den? Wie teabacken wir den? Das war lalalalalalalal Komm her Jetzt warte Jetzt teaback ihn Ja man du hast'n geteabackt Ja man Du hast'n geteabackt Ja man Ja man Esports Master Esports musst du verprügeln Ja aber Ja klar Aber Crack ihn erst ein bisschen runter Okay das ist gut Wo ist der Andere? Was war's? Ja da ist er Er ist ja da Der Boss gehört mir Kein Schuss mehr Kein Schuss mehr Kein Schuss mehr Oh wie süß Jetzt teaback ich noch Los Wege ihn Teaback ihn Yeaaah Was ist das? What? Ich bin tot Wegen Ich auch Okay eure Gegner haben alle disconnected Tötet nur das Monster Ich rette dich Eure Gegner haben alle disconnected Wir haben Arsch Also Komm Oh super Badass Skelett Oh super Warum hab ich ihm das eingeloggt jetzt? Au Das fängt schon wieder gut an Liebe 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 Danke Ja man Lass ihn zappeln Lass ihn zappeln Lass ihn zappeln Ja aber äh Ach ist das jetzt das Monster? Ja Achso Heinz Heinz Ah das war's Jawohl Ihr habt den Kill Kommt wieder wann immer ihr Bock habt Baby Okay wir haben den Kill Und sind fertig Warte Mal ein bisschen hier Aufsammeln Ja also ich lauf mal wieder zurück ne Dann reisen wir mal schnell wieder in unser Ding Oder haben wir noch? Wir haben zwei Quests noch ne? Wo ist die andere Quest? Guck mal ich seh ich seh mach mal Ja Hallo Ich bin's Roland Das Schwert Irgendwo in der Nähe vom Schloss des Hexers lebt ein Prinz namens Geoffrey Er hat bereits mehrere Unschuldige ermordet Und wenn man ihn gewähren lässt wird Geoffrey der monströsester König den diese Welt hier in der Hand hat Okay wo ist die Quest? Sucht ihn, tötet seine Wachen und prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib Ähm am Schloss hat er doch gesagt Äh Minen der Harpgear müssen wir dann hin Minen der Harpgear Steht hier Kartenausgang verlassen Wir müssen Geoffrey finden Ja das heißt dann müssen wir Wir müssen noch zum Schloss oder? Oder nicht? Ja doch dann müssen wir jetzt ganz einfach zum Schloss Wie heißt das Schloss? Äh Wie heißt die Quest? Der Winter ist blutig? Ja Okay Dann hab ich's Abscheu ist Schatten Ich das hier Äh du bist im Menü Äh Auf geht's Sag mal Ja weil Nini angenommen hat Hallo Leute Ja tötet euch halt Was? Wer ist grad gestorben? Nini Ich Weil ich zu schwach bin Nini hat das Duell gegen mich verloren. Zeit für ein Duell! Knub? Was? Ich hatte das doch ausgestellt. Keine Ahnung, ich glaube ja. Naja, egal. Auf geht's, auf geht's. Los geht's. Ein Schockfarce. Was ist ein Schock... Oh nein. Ein Schockfarce. Nicht ein Schockfass, sondern ein Schockfass So wie die Chinesen sagen Ein Schockfass Ach komm schon Sind die immer so uncool Warum? Gerade eben war noch kein Mensch da Kein grünhäutiger Ja, haben keine Chance gegen uns Aber die neuen Waffen sind schon gut Ja, der merkt's jetzt, gell? Ja 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 Das ist was ich gesagt Uns hat einfach der nötige Bums gefehlt Ja Ja Und dafür gibt's ja die Kiste in Sanctuary Was denn? Jetzt hab ich doch nichts gesagt Moment, hier ist da irgendwie mal so ein Ding gewesen, ne? So eine Tür, oder? Ne, war das gar nicht Doch Doch, das war hier Die Dunkelheit Echt? Warte mal War das hier? Ja Die war hier drüben Ja, das ist der Moment Oh, meinst du, wir kommen jetzt hier durch? Das ist glaub ich nur so ein... Ne Ja, ja, aber da ist ja nur so eine Waffenkiste, ne? Das ist glaub ich nur so zum Ärgern, so Hä, hä, hier kommt die nicht rein Ja Hast du den jetzt gemacht? Schrei da nicht wieder rum, Mann, nicht Ich steh im Feuer, mir ist grad kalt, weiß Oh, Mann, mach gute Nacht Ein Tagelöhner, oooh Oh nein Ein Orkstürmer Ja, ich schau's rein Ja, der konnte es Aaaaaaah Die Dreckssäcke, lass mich durch, lass mich durch Hier sind Medi-Kids Hier sind Medi-Kids Yeah, ich liebe das Teil Meine neue Feuer-Sniper, die Gottes abgeht Stirb, Badass Schnell, schnell Ihn, kannst du ihn nicht fangen? Nein Der Kriegsherr, der wird... Aber egal, ist gleich tot Sterbe Ist gleich tot Gleich ist er tot Ich bin down Ich bin auch down Was, die sind beide down Scheiße Ich bin tot Wo ist die? Wo ist die? Ich bin tot Aaaaaah Weil's gut gehabt hat mir den Kill geklappt Sollen wir warten? Ich weiß ja gar nicht, wo ich ausgekommen bin Ja, wie weit ist das denn jetzt entfernt? Neues Kaffee-Rezept probieren Neues Kaffee-Rezept ausprobieren Warum ich so... Kaffee-Rezept versagen Ja, sagt er Neues Kaffee-Rezept ausprobieren Der ist deiner Nein, der fragt, Mann Er hat jedenfalls im Säure noch gar nichts abgezogen Aber jetzt Bye-bye So, wo ist jetzt der Freak? Der ist da drinnen Meinst du, das Tor ist jetzt endlich offen? Oh Hier gab's doch so ein Tor Da kann man nicht mal rennen Nein, das ist zu Oder man kann's jetzt öffnen Ich bin de Jeffrey Fuck, 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 fuck Wahrscheinlich müssen wir außen rum Wahrscheinlich kommen wir da wieder raus Neem, kommst du? Wenn ich das jetzt... Ich hoffe Äh, ja Äh, was? Was ist denn? Frag mich jetzt, wo's lang geht Ja, das ist es ja grad Wir kommen da gar nicht rein Okay Ich bin da Nein 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 Da fängt der schon wieder an Ja, klar, jetzt muss man starten Und natürlich wieder durchkämpfen Okay Vielleicht kommen wir doch hier irgendwie durch Aber da ist Die Kiste ist auch wieder da Die einen fressen will Hm Ja Hm Hm Ja Weißt, was ich vermute, zocken müssen oben rum Meinst du? Ja Also müssen wir jetzt erstmal hoch latschen Okay Äh, jetzt kommen wieder Tempelritter 1133 Stück Äh, ja Lauf da einfach, kommt Wir rennen uns schon nicht hinterher Oh ja, vielleicht doch Aber ist egal Äh Nein Oh, Sack Okay Okay So, also hier haben wir wenigstens schon mal das Ding, dass wir hier wieder rauskommen Das ist doch schon mal etwas Äh, hm Geht es weiter nach oben? Vermute Ja, aber dann kommen wir da wieder zu Hemsons, Jack Drachen, scheiße, unklar Ja, jetzt gucken wir doch einfach mal Was anderes fällt mir grad nicht rein Ja, mir auch nicht Wenn ich dann scheiß mal auf die Nebenfressen Machen wir auf das So lange das letzte Mal hat man sich auch mit dem Nebenfressen Irgendwann mal führt und wird der Leben gut so nebenfassend Wenn wir die Haut nicht weiss gemacht haben Hm, was stimmt Boah, ich komm wieder Oh nein, ein Paladin und der hat ein Schild Geh jetzt nicht mehr lange Mach die blöden Pumenschützen kalt, Alter Die sind sich nicht böse Jetzt geh ich auch nicht mehr so schnell down Pumenschwimmer, der ist ja lang Ja, weil sie schneller tot sind jetzt auch Oh man Wirklich jetzt Oh Jetzt wird's lustig Wieder keine Muni Blablabla Jetzt hier Hier müssten wir irgendwie rein Aber wie geht das Tor hoch? Wie kriegen wir das Tor auf? Das ist es Ich bin ja von einem Schalter um, dann findet man ja was Ich höre einen Hexer Ne, war kein Hexer Terminiert Hia Was? Alter, die Pumpkin geht richtig ab hier Ich verwandle euch alle in grüne, kleine, schleimige Verwitz Ja, wir müssen jetzt eins dieser Tore aufkriegen. Oh nein, der Hexer ist da. Ich wollte es nur mal anmerken, gell? Oh nein, mit seinem Eisschaden. Oh, ich bin tot. Oh, zum Teufel, was? Lass mich in Ruhe. Äh, könnte mal einer wieder zurückkommen? Nein, wie denn? Irgendeiner muss zurückkommen. Ich sterbe. Ich bin da. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, okay, ich verpiss mich. Ich lebe noch! Geil! Alle haben Spaß und Lachen. Es ist dann einer der Zeit. Also, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt zu diesem Quest-Ding-Monster-Typ-Teil kommen. Zu diesem Jeffrey. Aber ja, ich komme jetzt erstmal rein. Um dich zu unterstützen. Jetzt! Lean, schnapp dir den Hexer! Muss nichts vom Bett! Jetzt! Draufhalten! Draufhalten! Komm schon! Lad nach! Ne! Dann ist er auch einfach. Setzen wir mal! Er ist tot. Ah! Sack doch, meine Feuer-Sniper ist Killer. So, einer. So ein blöder Pogenschütze. Ist der da oben? Und da runter! Okay, er ist tot. Aber das Tor ist noch immer nicht offen. Aber hier können wir her. Jaaa, dann schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Äh... Vielleicht weiter hoch? Da oben waren wir doch. Ach so. Hm. Shit. Warte mal! Wir sind doch einfach hier ganz in der Nähe. Es muss hier irgendwo einen Schalter geben oder sowas. Ah! Das ist da draußen, gell? Ja, aber wie kommen wir da hin? Warum kann ich eigentlich nicht diese kleinen Kisten öffnen? Weil wir die schon mal geöffnet haben. Das ist das Glaube. Dann bleiben die immer geschlossen. Oh, hier ist noch ein... Hallo! Ja, hier geht's wieder zurück zur Hauptmission. Ich hab echt keinen Plan, wie wir da jetzt hinkommen sollen. Echt. Aber egal, laufen wir einfach da. Ein Badass-Ritter! Ein Badass-Ritter! Ja, genau, wir können... Ja, genau, wir können... Ich sag doch, die Bodenschützen sind übel. Oh nein! Boah, der wollte gerade aufsteigen. Gott sei Dank. Hast du die Bogenschützen gekillt? Ja. Braver Junge. Das Buch der Taten wird dieses Tages... Das Buch der Taten, Mann! Guck in den Lauf der Taten! In meinen Lauf! Was ist das? Was war das gerade? Ein Death Trap soll ich hier beüchtigen? Nein. Ah, warte mal! Ja, aber jetzt laufen wir ganz normal zu den ganz normalen Dingen, da hätten wir auch... Ah, nice! Oh, nein! Oh, nein! Die Dragons! Was? Oh, dein Mann! Oh, nein! Red Ass! Red Ass! Oh, die Schütze! Reds, wird aufgeregt! Oh, was ist denn das die ganze Zeit? Ich kann gar nichts sehen wegen dieser... ... Sonnenuntergang, Mann, der blendet so! Jetzt wird aufgeregt!